Sie sind hier, 23. Juli 2018, 16.58 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Arnold Dasch Kuhlbocker Er wurde im NBA-Draft von Charlotte Hornitz in der zweiten Runde gepickt Urheberrecht getty Images Arnold Dasch Kuhlbocker von den Charlotte Hornitz wechselt zu Brose Bamberg in die BBL Auch Liga-Rivale Medi Bayreuth holt Verstärkung Lukas Meissner kommt Brose Bamberg hat Arnold Dasch Kuhlbocker zurückgeholt Der 20 Jahre alte Flügelspieler war in der vergangenen Saison an den italienischen Erstligisten Capodorlando ausgeliehen Kuhlbocker war bei Salgieres Kaunas ausgebildet worden, ehe er 2015 nach Franken wechselte In seinen zwei Jahren in Bamberg bestritt er ein Bundesligaspiel Im Juni sicherten sich die Charlotte Hornitz aus der NBA in der zweiten Draftrunde die Rechte am Litauer Wir freuen uns, dass die Hornitz uns vertrauen und der Meinung sind, dass wir ihn auf das nächste Level heben können, sagte Brose-Sportdirektor Ginas Ruth Kauskas Bayreuth verpflichtet Meissner der deutsche A2-Nationalspieler Lukas Meissner wechselt ebenfalls aus den USA zu Medi Bayreuth Der 22-Jährige kommt von der Columbia University in New York zu den Oberfranken und unterschrieb einen Dreijahresvertrag In den letzten drei Jahren am College ist er weiter greift und wird nicht nur unseren deutschen Kern verjüngen, sondern uns auch in der Tiefe verstärken, sagte Medi-Coach Raoul Korner Bayreuths Liga-Konkurrent MHP Riesen Ludwigsburg verpflichtete unterdessen für ein Jahr Heidendolten Der 22-Jährige wechselt aus Laramie im US-Bundesstaat Wyoming zu den Schwaben Der 22-Jährige wechselt aus Laramie im US-Bundesstaat im US-Bundesstaat